Russisch vs. Deutsch Russisch vs. Deutsch Russische Helden gibt als in Deutschland Deutsche. Das ist egal, ob es Kuscheltiere oder andere Figuren sind. So kennen russische Kinder Walt Disney auch, aber was man am meisten sieht, ist Masha und der Bär. Eine original russische Serie, die übrigens auch nach einem russischen Märchen entstanden ist. Und viele andere russische Geschichten. So ein Schiborashka hat in Russland jedes Kind. Ich habe sogar mehrere davon und die können... Die Dinger kommen aus einer russischen Fernsehserie aus den 60er Jahren. Die sind so bekannt, dass sogar die russische Olympiamannschaft sie als Maskottchen hat. Noch ein bisschen mehr als in Deutschland gibt es Modellbauzeug. Vor allem für Jungs und auch Militärkram. Kriegsspielzeug hat in Russland keinen so schlechten Ruf wie in Deutschland. Nur Mädchen spielen selten damit. Russische Kinder leben aber nicht hinter dem Mond. Und natürlich zocken sie auch alle Spiele auf ihrem Computer und Handys. Hier kommt es mir manchmal so vor, als ob die Eltern noch weniger darauf achten, ob die Spiele überhaupt schon was für das Kind und sein Alter sind. Na, sind manche von euch in Russland aufgewachsen und kennen sich zu diesem Thema aus? Schreibt es doch in die Kommentare. Mehr russisch vs. Deutsch Videos findet ihr unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss!